Was geht Leute, mein Name ist Lotte, D-D-D-Danny, B-B-B-Bernic, Willkommen back zu einem erneutem Live-Kommentary und ich bin heute extrem, extrem, extrem müde, also wirklich, ich musste heute Morgen früh aufstehen und hatte kein Video für heute, weil ich es nicht mehr geschafft habe und ich auch gestern sehr, sehr müde war und ich schwitze auch so leicht, mir ist wirklich warm und ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet, ich glaube, ich sollte eine Tablette oder sowas nehmen, aber ich wollte heute ein Video machen und deswegen, wir spielen heute Black Ops 1 und morgen wird es mir wieder besser gehen, ich werde schnell wieder gesund, aber ich habe heute, ähm, ich habe heute sehr stark Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen nicht unbedingt sehr stark, aber mir ist sehr, sehr warm, das ist halt leider, ich liebe diese Stelle übrigens, da hinten ist einer, der liegt da, vielen Dank, da diese Stelle ist die beste in diesem Game oder eine der besten, so kann man es sagen, aber ja, ich, äh, nicht wundern bitte, falls ich, ähm, sehr, sehr dumme Tode habe hinter mir wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ja, hinter mir, Wieso, wieso kommt eigentlich keiner hier lang, das verstehe ich nicht, wieso läuft jeder da lang, ist dieses Haus nicht so populär gewesen, ich weiß gar nicht mehr, und, äh, es wäre natürlich nicht nur, oh mein Gott, oh mein Gott, schreien kann ich immer noch, ich mir scheißegal, ob ich müde bin, ich werde bei dummen Tonen schreien, so viel ich will, das kann ich euch erzählen, nur heute müsst ihr mich mal entschuldigen, ein bisschen, ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe ihn, oh mein Gott, habe ich ihn ernsthaft den Kill geklaut, ernsthaft, ernsthaft, denn die, Wieso tust du sowas Schreckliches Wie kannst du nur Wie kannst du den armen Menschen die Kills klauen Die kommen hier lang Ja, das wusste ich Ich geh mal trotzdem Ich weiß Wow, was Oh mein Gott Wie, wie Habt ihr das gesehen Habt ihr das gesehen Sorry, dass ich nicht so viel gesprochen habe Aber ich kann gerade nicht so Aber Wie hat er mich ermordet Ich war schon längst unter der Wand Was? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Oh mein Gott Ich kann mich grad gar nicht respektieren Das ist wirklich scheiße, wenn man Kopfschmerzen hat Das ist sehr, sehr schwer und anstrengend Vor allem Oh, was? Hier mitten Mitten auf der Straße liegt der Claymore Was? Okay Ich verstehe den Sinn nicht, aber ich akzeptiere es, okay Na, danke für die Drohne Ich liebe Drohnen Ah Dämlicher Motherfuck Ah, die Galilie hab ich auch freigeschaltet Stimmt's Ich hab die Galilie auf Oh, feindliche und zwei Wieso, wieso sagt man hier eigentlich schon zwei Falls es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare Nase juckt, extrem Hinter mir ist einer Ich weiß, aber Ich werd ein bisschen springen Und den Ja, okay, meinetwegen dann nicht Oh, von dir kommt einer Was? Was macht der Claymore dort? Wo ist der Motherfucking Sinn? Man muss hier aufpassen, weil die Leute haben hier auch Geist So, den Oh, ich will die Galilie Oh, einmal Ich will ja Ich will mir abgewöhnen, die Waffen aufzuheben Aber die muss ich jetzt aufheben Weil die wirklich, wirklich nice ist Von hier kommt einer, das weiß ich Oh, dieser Boah, da braucht man ja gar keinen Rotpunkt-Visier Wow Diese Waffe hat ein nice Visier Da ist einer Pass auf, Teamate Teamate, man Ich hab dir doch Hab dir gesagt, du sollst aufpassen What the fuck Weißt du was, ich werd hier einfach langlaufen Diese Stelle kann ich hier gar nicht leiden Ist gar nicht meine Stelle Okay, hier ist keiner Also ja, ich werd wieder ein einziger Einziger euch aufnehmen und das Ganze Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen Dass jetzt nur irgendwie Live-Commentaries kommen Aber Live-Commentaries sind Machen halt sehr viel Spaß Und ich mag das zu machen, was mir Spaß macht Und ich mag es live zu zocken Ich liebe es Fernlengler Oh Okay, wenn ich jetzt da gestorben Dann wär ich richtig sauer Oh mein Gott, Fernlengler nicht mich Ich kann dich hören Oh, wie lebe ich noch Sie ist genau An meinen Eiern explodiert Hier kann ich noch leben Oh, der Typ kommt hier rein Hier kommen viele rein Oh Intensiv Oh Mann, sorry, dass ich so rumschreie Aber ich schreie Ich weiß nicht Es hilft mir bei sehr intensiven Sachen Wenn ich rumschreie Mir persönlich hilft es Verstehe jetzt vielleicht ein paar Leute nicht so Aber Ja, ich bin so einer Dem hilft das irgendwie Wenn er ein bisschen Energie rauslassen kann Wenn er zockt vor allem Ich schreie aber nicht nur im Video rum Sondern ich schreie auch wirklich rum Wenn ich alleine spiele Also so ist es nicht Und das Spiel geht noch eine Weile Was ziemlich gut ist Weil ich will nicht, dass das Spiel gerade endet Nein, 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 nein Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Wie bin ich da gestorben Ich habe keine Ahnung Ich habe auf den Score geguckt Das war kacke Das war sehr kacke Ganz ehrlich Ich wünschte Ich hätte wenigstens ein Blackbird bekommen Das wäre mein einziges Ziel Mehr wollte ich gar nicht Einfach nur ein Blackbird Vielleicht hätte ich die Waffe Wer, ich sterbe jetzt Oh mein Gott Hätte mich dieser Motherfucker ermordet Dann wäre ich so wütend Ihr glaubt es gar nicht Von hinten kann einer kommen Aber da ist ein Teammate Nice, vielen Dank Auf Ahnung Oh nein, dann nicht du Nicht du Nice, 100 Punkte Ich wusste gar nicht Dass es so viele Punkte bringt Hilf mir selber aufleveln Ja, feindliche und zwei Feindliche Mann, so viele Sachen hier Unglaublich Wir haben die Führung Okay, genau Wir haben die Führung verloren Pass auf, die Mates Danke, jetzt haben wir auch noch und zwei Oh mein Gott Dieses Spiel ist sehr intensiv Verlöschte sie auf Wie intensiv das ist So, die sind Diesen Sieben Games Die mag ich eigentlich nicht Aber so Ich mag es lieber Wenn es flüssig läuft Wenn ihr versteht, was ich meine So, wenn alles flüssig läuft Wenn alles gut ist Wenn alles auch chillig ist Der Typ, der macht immer wieder dasselbe Genauso wie der Oh mein Gott Wo war er? Wow Wow Mit Geist gestillt und Hacker Diese Perks passen zu ihm Wow Die treiben sich ganz oft da oben rum Also wenn wir das Spiel verlieren Hab ich keine Ahnung So Und Die sind beide tot Bitte sag mir ja Nein, einer tot Oh Die kommen von hinten Das weiß ich Die müssen hier spawnen Ich hab keine Ahnung Wo die da sind Wirklich nicht Oh, der kommt hier Ach du Scheiße Ich glaub ihr merkt's gerade, oder? Ja, ihr merkt's gerade auch Genauso wie ich Dieser Typ hat so ne komische Taktik Das muss ich Jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen Der Typ hat wirklich ne komische Komische Taktik Die sind da oben alle Ich komme So Hab sie sogar vorgewarnt Ich will wirklich nicht sterben Aber ich bin so schlecht mit der Pistole Der Typ hat gecampt No Fuck Von hinten Das war kacke Das war sehr kacke Ich hab das Gefühl Ich spiele allein Guck mal mein Team 1 zu 10 2 zu 10 8 zu 8 Ich gegen 10 Leute Ohne Scheiß Hört euch jetzt gerade auf Ich bin gerade ganz allein Also ich finde Meine Teammates Machen gar nichts Das ist so kacke Hier die Spieler Hier Ein paar Leute von euch Müssten hier mal reinkommen Und das Spiel spielen Ihr seid nämlich gut Das weiß ich Ihr seid YouTuber Ihr seid Zuschauer von YouTube Deswegen So die Leute auf YouTube Die sind richtig gut Weil sie quasi auch andere Leute schauen Ah na sie auch zu extrem gerade Und mein Team ist so verdammt schlecht Und mir ist so warm Oh mein Gott Ich sterbe Ich sterbe Oh mein Gott Wo bin ich? Achso ich weiß wo ich bin Nice Oh mein Gott Das ist kacke What the What the Man Verpisst euch Gott Meine Meine Teammates Wo bin ich denn hier? Mir ist warm Ich hab Kopfschmerzen Was soll das? Oh mein Gott Seht ihr das? Das ist so gestört Diese Gegner sind kacke Wie hab ich ihn ermordet? Ich hab keine Ahnung Wie hab ich ihn ermordet? Was macht der? Ja genau Wenn du Hättest du mich ermordet Hätte ich Hätte ich sein Leben zerstört Ja Es lagged Es lagged Aktiviert die Drohne Und nimm dieses Ding aus der Hand Wisst ihr was? Ich will mal Ich will mal C4 werfen Das war der beste C4-Wurf Den ich jemals hatte Der allerbeste Oh mein Gott Das ist so kacke Ich bin der einzige In meinem Team 31,8 Guck mal Die score Jeder aus meinem Team Außer einer Ist ganz knapp Nicht negativ Oh Da kam die Rakete angeflogen Oh oh Das Schlimme ist Die bewegen Wow Dieses Game Diese Spieler hier In diesem Game Oh mein Gott Achso deswegen Ich hab mich schon gewundert Vergiss du mal Dass es dieses Perk gibt So der Typ ist Ne der Okay Ich ignorieren einfach Ich laufe einfach mal hier lang Ich will mal Ein paar Leute wegholen jetzt Ich hab keine Ahnung Ich hab wirklich keine Ahnung Ich bin zu müde leider Aber ich wollte unbedingt Ein Video raushauen 34,9 Die Zeit ist um Wir gewinnen Oh mein Gott Wenn wir gewinnen Dann gewinnen wir so extrem Ganz ehrlich Dank mir Da muss ich jetzt auch sagen Dank mir Der hatte Reaktion Der Typ Der hat auf jeden Fall Richtig gute Reaktion Okay Aber ist Oh mein Gott Bitte Team Was soll ich tun Ich kann noch Ich darf nicht sterben Oh Oh nein Oh Nein Schaut euch mal Die Skos von meinem Team an Schaut euch das mal an Ach du Scheiße Ah Mein Name Kennt ihr das Oh mein Gott Dieses Game Das war sowas von intensiv Und es ging sogar sehr sehr lang Sogar ja Relativ lang würde ich sagen Wow Und die Connection war nicht so gut Aber das war nicht sehr gesund Wir haben verloren Das war so knapp War echt ein cooles Game Hat auch Spaß gemacht Nur heute geht es mir nicht so gut Es tut mir wirklich leid Aber es geht mir nicht so scheiße Dass ich jetzt gar kein Video hochladen kann Also vielen Dank Für's Deine Show Und wenn euch gefallen hat Dann zeigt wie Badass Ihr seid und liked Dieses Video Schau auf meinem Kanal Vorbei Mehr Videos Den die ich produziert habe Und abonniere Jetzt um unsere Situation Weil ich trete noch nicht Wenn er dich Im nächsten Video wiedersehen Dann sage ich mir noch 3 2 1 Spaß geht Leute Mein Name Loaded Danny Willkommen back Zu einem neuten Waffenspiel Dieses Mal in Advanced Warfare Oh yeah Advanced Warfare Ich